So Leute, jetzt bekommst du in der Wadenrunde der Aufstieg, heute mal wieder mit wenig Kraft. Och nö, die Hand. Der Ruben, der Ruben legt schon los. Ja, ich hoffe, diesmal gibt es keine... Was war das für ein Fehler nochmal, den ich immer hatte? Lex, technische Probleme. Ja, aber das ploppte hier so auf, irgendwie verbindlich. Das war in der letzten Aufnahme auch wieder. Ach, die sind die Lex, ne? Ja, genau. Das war in der letzten Aufnahme auch wieder. Und auch im Ranked halt, auch für das Format hier. Richtig bescheuert. Ja, keine Ahnung, ich... Oha. Die meinen es ernst? Ja, wir sollten weg. Wir haben Best Riven EU, ne? Best. Haben wir noch nicht gesagt. Ach so, ja. Klar, Riven ist krass am Smurfen. Hat gesagt, hat gesagt, äh... Predicted 30-0. Die 10 Gold. Guck, ich hab ein CS, ihr Lappen. Alter, ist das... Ist das retarded. Ich hab noch gar kein Dings, ich kann das nicht machen, dieses... Stadium 4 ist das, ne? Ja. Kann ich nicht machen, ich hab keinen Flayer. Ich hab mein Championship erkannt. Scheiße! Ich habe gerade voll viel Kaffee verschü... Ja, es geht, ich hab ein großes Mauspad. Ich benutze einfach die linke Seite. Oh, ii, Scheiße, ey. So. Boah, ich hab seit Ewigkeit Warwick nicht mehr... ...gespielt. Aber du hast den Omos genannt. Der ist cool. Den hab ich auch. Du, äh... Ich hab drei Season langs Warwick Jungle nur gespielt. Echt? Kaum was anderes, ja. Warwick the main? Ja. Das war echt jahrelang. Auch echt seit der Beta. Also... Früher in der Beta war der ja ganz anders, ne? Weißt du, was der da alles konnte? Erstmal dieses Wittern hatte, äh, ne viel, viel höhere Reichweite. Und du hast das Siehst bekommen, nur wenn du die Leute damit aufgedeckt hast. Und, jetzt kommt das Beste, ähm, die Gegner wussten nicht, wenn du sie witterst, wenn du in der Nähe warst. Die wussten es nicht. Und das hat das so dynamisch gemacht, du konntest damit halt echt den Gegner wirklich auflauern. Die wirklich, genauso wie es ja so ein Werwolf, so, was eigentlich die Fähigkeit ja ist, so, Witterung aufnehmen, so wirklich jagen. Weil die konnten sich nie in Sicherheit wiegen. Und du konntest denen halt auch immer richtig unauffällig quasi dann folgen, weil, hier wir sind so, okay, ist weggegangen, er ist nicht mehr in der Nähe. Und, da wussten sie es halt nicht. Ja, das war, das war ganz schön geil. Genau, genauso schlimm war ja Irelia und Olaf waren ja auch so overpowered mit dem True Damage damals, ne? Irelia hat ja mit dem, dem W noch 150 True Damage pro Autorift gemacht. Aber Warwick ist echt einer der Champions, der konstant genervt wurde. Also ich glaube, er hatte einmal so eine, die Passivveränderung. Ach ja, und ja, mit den neuen, mit dem neuen Jungle-Items hatte er jetzt Anfang der Season so eine kurze Blütezeit. Das weiß ich noch, da konntest du die Leute one-shotten. Mit, mit Devora, ne? Mit, ja, ne, ne, mit dem anderen, glaube ich, wo Smile verstärkt wurde. Das war noch so ganz komisch. Ach ja, stimmt, genau. Irgendwie war, es gab da irgendwie, ja, keine Ahnung mehr, was das war, genau. Ah, wie hieß das denn? Ich weiß es nicht. Das Challenging Smites mit, irgendwie, ja. Das war richtige Wopper. Ich werde, glaube ich, auch Devora wieder bauen, oder? Ich gehe tanken. Ich glaube, ich kriege einfach Devora und gehe da tanken. Ich sage jetzt, wir haben halt keinen richtigen Tank, ne? Ja, deswegen. Also ich gehe sowieso full tanken. Deswegen habe ich auch Shen gepickt und nicht kennen. Ja. Ja, so. Shen Support, ne? Wo jetzt? Also der Alistar spammt die ganze Zeit sein You can't make those. Echt? Die ganze Zeit. Du hast ein Video bei dir hochgeladen, was ist LOL, ne? Ja. Fand ich sehr cool. Dankeschön. Ich glaube nicht, dass trotzdem sehr viele Minecraft-Spieler haben es wahrscheinlich trotzdem nicht verstanden. Ja, es war ja auch... Ziemlich kurz und alles. Einfach nur so einen Grundüberblick zu verschaffen. Genau. Aber es ist krass, dass... Also ich finde es gut. Weil normalerweise die Leute, wenn die auf ihren YouTube-Kanälen irgendwas Neues hochladen oder so... Dann spiele die das einfach nicht. Dann ist halt Faktis so, weißt du? Dann ist halt... Ja. Aber dass du das so erklärst, fand ich cool. Gerade auch so knapp. So die... Einfach nur die Basics, damit die Leute wissen, was sie da sehen. Ja. Also man kann... Bei LoL ist es auch echt fast unmöglich, dass man so viel erkehrt, weil es ist so komplex, wenn man da nichts versteht. Ja, man kann echt den Leuten einfach nur andere Kanäle irgendwie empfehlen, wo er... Zum Beispiel Maxim, der erklärt ja sehr viel. Auf seinem Kanal. Bis Level 20, wenn du das spielst, hast du eigentlich eh fast keine Ahnung von dem, was du tust. Das ist aber nur so irgendein Champion-Picken, der irgendwie so Spaß macht und dann... Ja. Einfach nur irgendwie rein reinnen. Ja. Das ganze Knowledge kriegst du ja erst im Laufe des Spiels, dann wenn du wirklich ein neues Level kriegst. Wo ist die Krabbe? Hä? Ach, die ist nach unten gegangen. Shit. Hä? Ach nee, die ist gar nicht mehr da, ich trottel. Warte, ich gäng mal. Ja, kannst du machen. Wir haben noch kein Wort. Äh, am besten mal... Ja, das ist perfekt, Alyssa. Kick of Graves. Und Exhaust ist raus. Ich benutze meins nochmal nicht, wir kriegen den eh nicht. Äh. Oder? Na, doch, 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 vielleicht. Okay, Flash. Nice. Oh, hier kommt ein Counter-Junger. Ey, Counter-Gang. Nee, da kommt nix. Echo ist hinter. Ja, aber große Wave, große Wave hier. Ich hab noch meinen Thorn. Ja, dann... Kannst du wehen? Nee, nee, lass, 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 lass. Geht zurück, geht zurück. Ich glaube, wir können den aber dann töten. Weil der Alistar wird sicher engagen. Und dann haben wir den Graves, denk ich. Ja, ich... Vor Level 6 ist halt schwierig mit Warwick. Ja, klar. Hört mich mal weg. Fahren wir einfach noch ein bisschen weiter, dann kannst du später nochmal kommen. Aber Flash ist raus. Ja, genau, das ist wichtig. Ich glaube, Lucian hat nicht geflasht, er hat nur gehealt. Ah, der hat halt so viel Sustain, der Alistar. Ja. Aber, irgendwann ist er gut. Ich weiß nicht, was mit Daryl los ist. 30-0. Ist ja noch nix gesehen, ne? Nee, die Aria hat jetzt nur Kills. Nee, einen. Einer hat Echo bekommen. Bisschen enttäuschend. Aber vielleicht kommt das noch. Garen, das wird doch wieder so ne Scheiße, alter. Dieser Champ. Der Warwick ist aber echt der entspannteste Jungler, also so vom Jungle-Verhalten. Also vom Farm. Oh, da kommt das TP. Jetzt kommt die 30-0-Riven. Pass auf. 30-0. Und einer dann. Boah, hat Graves noch Lucian geholt? Nee, nee. War bisher Werf, muss ich mal behaupten. Der wird hier oben irgendwo sein. Jassu, Jassu. Ah, dann mach ich mit, wenn. Jo. Da ist er, da ist er. Oh, jetzt exekutet er sich. Der hätte sich die Riven noch nicht zeigen sollen. Aber. Jo, ich bin doch da. Denkst du, was ich... Boah, all. Hello, Shens Taunt macht Damage? Wusste ich gar nicht. Äh, doch, ja. Ein bisschen. Aber wenn du Shen auf Full AP spielst, schön mit den Steakmessern da rein. Ja, das ist krass. Das hab ich auch mit Lichbang. Vor allem mit Lootens Equestus ist er noch mehr Proc Damage. Das ist so krass. Ja. Sehr schön. So, ich hab Ulti. Nice. Ich hol mir die ganze Bot lane und guck mal, wo der Alistar war. Der hat auch schon einen Scythe und einen Pinkwart. Der wird wahrscheinlich hier pinken. Ich weiß nicht, wo der Graves ist. Äh, der... Der Echo? Nee. Garen. Garen. Garen hat der grad gewordet und war jetzt weg. Ähm. Ich muss ja jetzt... Ich muss halt jetzt vier ganken eigentlich. Oh, Red Buff hul ich mir vorher noch. Ist halt so krass, wenn du... Wenn du... Später Devourer hast und Blade und Red Buff, dann kannst du echt Carries fast one-shotten. Ich geh mal die mitteländische ganken, wenn ich grad schon am Roaming bin. Oh, hättest du's... Oh. Der hat dann einen Knock-Up bekommen. Nee, nee, das ist schon nicht. Aber die Riven kommt nochmal. Oder... Der hat jetzt geultet. Nee, machst du nix. Hatste die noch ult, die Ari? Äh, nee, die hat jetzt weggeultet. Alles weg. Okay. Dann komm ich jetzt mit ult. Jo. Und hier den Alistar von dem Pinkguard weghalten. Ich kann komplett... Hier, hier, auf ihn! Oh, Echo, 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 ja, ich seh's. Er wird auch looten. Ah, ist schwierig. Nice. Looten wir da rein. Oh, er hat... Er hat... Er hat... Ja, pass auf, reicht. Hat er keinen Taunt? Nee, wir sollten das nicht machen. Ich bin so geslowt. Okay. Oh, der slowt mich. Achtung, pass auf, sein Q. Ja, ja, ja. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt hast du Taunt. Nee. Nein! Hau ihn doch! Ja, hab ihn, hab ihn. Q! Q! Und der hat kein Mana. Ah! Ich hatte keine Ange mehr. Der verbrennt! Nein! So close, schade. Ich halte noch nix aus. Aber ist dann wieder getradet? 3, 4, 2, 1, oder? Ja. Ging noch, ging noch. Aber irgendwo ist, glaube ich, noch... Ja, ich glaube, Yasuo ist wieder gestorben. Im 101 dann. Hä? Die hatte kein Flash, keine Ult. Wieso stirbt der dann im 101? Boah. Okay, Riven hat schon 2, 0, fehlen noch 28. Bauer. So, ich hab jetzt Devora. Jetzt bin ich weg, Leute. Wir sehen uns in 10 Stunden. Wenn wir gerade bei Riven sind, man kriegt ja... Wenn man alles richtig gässt, bei den Pick-Em-Challenges, dann kriegt man ja den Championship-Riven-Skin, ne? Ach, echt? Ja. Und es gibt bisher nur eine Person, die in der Group-Phase alles richtig hatte. Ja, nur dann. Okay, krass. Ähm, lass mal gleich den Drachen machen. Jo, ich hab auch jetzt schon Ult. Der Pinkguard von dem Alistar ist auch schon drin. Ist das gut? Wir haben hier ziemlich gute Vision-Control gerade. Ja. Schaut, dass ich mal noch einen Default beim Redrun bekomme und dann können wir das besuchen. Ich werde Mech an Ihren Knochen machen. Aber wenn die Krabbe auch noch da ist, nice. Ich hab auch einen Sweep, ja? Ja, aber mach das im Pit, glaub ich. Ja, werd ich machen. Oh, Ult auf Riven, Ult auf Riven. Ult auf Riven, Ult auf Riven. Boah, dieses Shield. Boah, der kommt noch was. Mach einfach nur safe. Ja. Ich mach den Drachen. Oh, na, kann ich nix machen. Die Wissens. Ja, die Riven lebt. 30-0-Score gesaved. Ja gut, dann. Nein. Was denn? Drache oder Tower? Oh. Oh, Riven? Nee, sie lebt. Wie? Ja, aber die Botlane hat er hier ge... Okay, gut. Ja, auf ihn. Oh, der Alistar ist dann... Oh, der Alistar ist dann... Der sollte down gehen. Ich hab jetzt... Oh, die Riven kippt auch? Wenn da noch was kommt, habt ihr die? Lass du Rik jetzt machen. Ja, ich renn da hin. Oh, die Riven holst du... Oh, Leute, ich stirb! Ja, ciao. Was macht uns... Nein, warum geht ihr denn nicht mit, wenn die Riven da hin rein tippit? Geh weg, Yasuo. Nein, nicht... Nicht den Drachen machen. Ich brauch die Stacks. Hier, hilft lieber den Leuten. Ja, beide. Oh, ihr seid drei... Ich bin trotzdem zurück. Lucien ist auch da. 4 gegen 2. Jetzt doch den Drachen. Was ist los? Wir haben keinen Jungler, Leute. Was macht ihr denn mit dem Drachen hier? Geil. Äh, warte mal. Ja, doch. Oh. Da machen wir nix mehr. Also, da wart ihr eben gerade 4 gegen 2. Da hättet ihr echt was machen können. Ja, soll ich da jetzt hinmarschieren? Als ob ich da rechtzeitig... Ich komm da doch nie rechtzeitig hin. Vor allem hab ich keine Unterstützung. Den hat das Game, glaub ich. Ja, oh well. Was war denn das für ein Call? Go, go, go. Ja, unterm Tower. Die machen jetzt Drake, ne? Ich hab jetzt keine Ahnung, ich hätt einfach farmen sollen. Der stirbt jetzt, warum bleibt er auf der Lane mit so viel Leben? Geh doch einfach. Ja, wir haben den Drake. Äh. Vorsicht, die Glutchen. Okay, den Tower können wir halten. Der Echo kommt mit da. Äh. Ich will mal den Pinkhold von dem Alistair clearen. Ja, Toplane ist halt, keine Ahnung, Garen ist so ein... Bei Garen ist halt auch so, du stehst nie schlechter. Also, du hast immer mindestens ausgeglichene Stuts eigentlich. Das stimmt. Allein wegen der Ult. Und allein das ist schon ein gutes Gefühl. So, wir können doch mal was versuchen. Ja, so. Ich glaub der Graves ist back. Hä? Back was nicht so. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Oh lol, lol, lol. Ne, das wird nix. Naja, da werde ich doch geboulten. Geht's sicher, Damen. Das war wieder sehr... Also, der Yasuo macht mir echt Sorgen. Oh. Ein kleines Problem, Kind, oder wie ist das? Ja, der... Der verliert halt eins gegen eins. Ein paar Mal gegen Ari. Das ist halt schwierig, wenn eine Lane von allein, also ohne Fremdeinwirkung. Wobei, ich glaub First Blood war, weil er echt gegankt hat. Das ist dann halt bitter. Aber ja. Ah. Kann auch nix machen. Der Lucian lässt sich halt pausendlos catchen. Und ich find's mich dann immer auf dran. Ja, aber Lucian hat doch eigentlich gegen Alistar mit seinem Deck. Ja, klar, aber der checkt das nicht. Das Problem ist, der stand grad am Tower hat gepusht, Alistar kam von oben. Und wir haben ja alles gesehen wegen Vision. Aber Lucian hat sich halt nicht bewegt. Dann hat er den in den Tower gekickt. Hm, ja. Ich werd einfach zusehen, dass ich... dass ich... auf meine Stacks jetzt komm. Ich denke, dass wir im Late-Team gute Chancen haben, weil wir können gut für Lucian peeren und wir haben dann starke Wombo-Combo. Genau. Die dürfen jetzt aber nicht halt wegfahren. Ja. Nächster Drake wär zum Beispiel ganz gut für uns. Nächster Drake ist nicht so wichtig, weil es halt der zweite für die ist. Ja, aber für uns halt... Ja, für uns der erste ist wichtig, genau, ja. Es wär kein Weltuntergang, wenn die jetzt noch einen bekommen würden, falls wir ja noch ein bisschen behind fallen. Ich hab jetzt noch nicht einmal vernünftig... bin ich noch nicht einmal dazugekommen, schöne Old zu setzen, um zu gegen... Oder Alistar ist mit dann? Ja, ran, 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 ran. Auf, auf, ab, auf, ab. Nice, die's down. Oh, die sieht keinen... Alter. Das war ne Combo. Ja. Die haben halt unser Potential quasi. Da kommt Graves? Da kommt Graves, ja. Aber ich weiß nicht, wie können wir den abfahren? Weiß nicht. Ich muss es mal. Ja, der ist down. Braubar. Jetzt klappt's! Braubar haben wir auf. Wunderbar. Der Alistar klickt da auch, vielleicht? Ja. Ja. Oh! Nice. Sauber. Okay, ich save den mal nach links. Jetzt haben wir den... Habt ihr Graves auch bekommen? Vielleicht? Ja, ja. Vielleicht ist es down. Wir können den Tower holen. Wir können so eher... Wie ist Garen? Ja. Ja, go, go, go. Kannst du taunen? Ja. Aber der geht halt nicht down, ne? Ja, ja. Okay, shit. Den Blooper machen noch. Ja. Ja. So, sehr gut. Das war jetzt... Das war jetzt... Ja. Wir können die Rhy... Äh, die Adi holen. Ja, pass auf. Pass auf. Garen lieber. Ja. Ey, der ist auch zu schnell. Das ist krass. Garen ist so brainless. Wirklich. Wenn du einfach nur... Es ist ähnlich wie Annie. Du brauchst einfach nichts können. Also was heißt nichts? Spin to win halt, ne? Machen wir mal die Krabbe. Der sollte da... Wie lange hast du noch besuhlt? Äh, ich hab ready. Ich hab ready, ja. Cool, der Graves? Toff, 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 toff. Ja, ne. Der rennt einfach unter Tower. Pass auf, jetzt vielleicht? Oh, lol. Ja, ja, ja. Egal, ich bin da. Machen wir. Aber... Na. Ah, der geht aber down. Oh, Jesus. Ja, ich bin tot. Nee. Nee, guck an wie Lode ist. Er stirbt nicht. Oh. Aber Mitte vielleicht dafür. Ja. Ja, Mitte Tor haben wir. Äh, trotzdem nicht gut, ey. Lol. Oh, lol. Oh, lol. Der, der... 0 AD, Alter. 55. Nee, ach nee, ist Rüstung. Oh, lol. Ich seh das nur nicht wegen... Wegen... Da sind meine Aufnahmeframes drüber. Deswegen dachte ich, das wäre HD. Also... 50 AD wäre... Ja, das wäre ausbaufähig, sagen wir es mal so. Oh, kann man den Tower halten? Äh, ich seh... Naja, da kommt noch ne Wave. Nee, den kann ich nicht allein halten. All in. All in. Damage ist besser als Shan. Nee, nicht du. Ich geh gerade um meine Items. Oh, der Bot Lane habe ich hier ein bisschen was shan'n kann. Ich habe hier ein paar Creeps und Freaklat die Lane. Ja, ich muss Stacks sammeln. Ich bin... Und anscheinend keiner mehr. Shan Ward. Ja, will ich ja. Sollen wir hier irgendwer... Creeps farmen. Das wäre schlecht, wenn wir die Wave verlieren. Das ist eine große Wave. Ja, ich weiß auch nicht, warum beide Carries in die Mitte gehen. Und jetzt macht er noch ein Camp. Achso. Ey, da muss sie dabei sein, Junge. Das Break ist auf, ne? Ja, aber gut. Ich glaube, die haben den nicht gewordert. Ja, passt auf. Doch, Alistar ist jetzt da. Das hat er gewordert. Oh, der hat nicht Top Lane. Hat er eigentlich... Hat er eigentlich ARTP? Ja. Super. Ja, das hat er auch Mobis. Ja, der hat auch Mobis. Hat er gerade seinen Pinkbot gefunden. Konnte ich leider nicht baiten. Die wusste... Die machen jetzt den Drake. Ja, ich komme hin. Go, 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 go. Kannst du taunen auf Echo? Oh. Ah, egal. Nee, weiter auf... Ja, auf den Dach. Ja, wachen. Oh, der Geron kann mich snacken. Sollten wir es haben. Lol. Ich bin da. Weiter, 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 weiter. Hier kommt Ari. Nein, ich bin heute gesilenced. Boah, fuck, Alter. Ich komme nicht taunen. Das wäre so ein Vier-Mann-Taun gewesen. Die sind leider ein bisschen erhenten. Gerade. Lass da rüber. Oha. Das war nicht gut. Ja, es stirbt auch noch und läuft falsch. Nein, warum denn aufgeben, Leute? Warum so? Oh, der letzte wieder. Alter, wenn du noch weiter gehst, krieg ich dich. Warum macht er das? Ja. Ja. So, der macht TP auf Bot-Land. Ja. Der kann ich aber auch nicht halten. Nee, ja. Nee, das haben sie. Oder? Ja, Yasuo will noch was machen, aber... Was flitz los, mein Junge. Ich habe jetzt nicht umsonst Damage gebaut. Gut. Ich habe 20 Stacks, aber wir haben jetzt schon... Oh, Inip, Inip haben wir noch? Ja, haben wir, haben wir. Ich habe den schon weggesehen. Ey, Riven und ich haben das noch hingehaken können. Oh, die wollen, die wollen weiter da unten machen. Ja, die Ari ist noch da, ne? Fühlt da noch ein bisschen rum. Ja, jetzt die Borden, die bei uns... Er sollte da ganz schnell weg. Hat er keinen Bock mehr. Es macht nur Spaß, wenn sie flammen. Oder du schon? Ja. Kann ich nichts machen. Lucio? Wo war das? Ah, hier. Oben. Bei mir. Ja, die ist hier noch irgendwo. Oder Eko ist auch da. Oh, ja. Du hast keine Ult, ne? Ja. Passt mal auf mit der Riven vielleicht. Ja, ich jag den Eko. Der Alistar kommt da auch, ne? Vorsicht. Oh, der Eko ist schon lang über alle Berge. Ja. Jetzt habe ich holt, aber kein Mal an. Aua. Wir sollten, wir sollten eigentlich weg. Ja, wir sollten einfach weg hier. Wir sollten das Game stallen. Oh, sie hat ein Problem. Oh. Oh. Ja, das hilft glaube ich auch nichts mehr. Ja. Oh, ich probiere hin. Ich habe Mana für Volt. Muss aber auch raus. Nichts schafft. Nein. Hui. Ich bin schon so oft mit Teammates gestorben. Ja. Aber das ist mein Job. Ich glaube, ich bin schon fünfmal gestorben oder sowas. Kannst du doch nachgucken. Ich glaube. Echt kann man? Ja, weil ich immer so gesaved habe. Was ist das da jetzt? Evolution. Boah, da springt der Junge da. Der lebt ja noch. Warte, vielleicht reicht den Jagen. Jetzt geht der nächste rein feeden, ey. Komm, ein Hit. Nice. Na schön. Den haben wir gebraucht. Boah, ich mach null Damage. Fick mich. Alter. Vor allem wenn er weh anschmeißt. Oh. Der kippt hat 220 Amor. Das geht ab. Ich schaue ja so. Auf der Bank. Ja, ich muss... Ich hab keinen Mara, ey. Aber ich hab 25 Sticks. Aber ich muss jetzt auch echt tanky gehen. Aber ich hab auch boiled eigentlich, also... Kannst du dir was schönes kaufen? Hm. Ja, jetzt hab ich ein bisschen Magieresistenz gegen die... Echo, Ari, Boys. Ich mein, solange kein In-App weg ist, haben wir noch... noch eine Chance. Das stimmt allerdings, ja. Aber 30-0 ist schon... Ist schon vorbei, Reuben. Was ist denn? 4-3. Hm. Hm. Naja, wenn's KD entsprechend wäre, müsste jetzt 90-3 gehen, ne? Das ist noch möglich. Stimmt, das ist noch möglich. Dann stallen wir einfach das Game. Oh. Pink what? Pink. Pink. Können wir ja noch sehen, ob ich die melden kann, Alistair. Können wir ja noch sehen. Pass auf. Da kommt der Echo. Vorsicht. Kommen da alle? Ja, aber zu euch. Ist ganz cool. Oh, lol. Die können hier was machen, wenn die so krass aufwächst werden. Oh. Ich kann gar nichts machen. Das sind ja auch immer so rausgezogen. Das... Die Reuben kommt raus. Garen, 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 Garen. Aaaaah. Nein. Ja. Okay, der ist immerhin down. Was macht die Reuben? Die farmt! What? Hä, wie hat denn der Yasuo... Ne, warte. Hä? Das, das... Ja, ich mein... Wir haben zwei... Hä? Warum farmt sie denn? Wir beide Carries waren jetzt weg. Hm. Das ist natürlich nicht gut. Ja. Die dann farmt. Abo Inc. Warum geht sie denn jetzt ran? Gerne. Na, warum gehe ich jetzt ran? Um dich zu bait. Ja, ist echt so. Oha, ey. Die Dreimannstand. Aber irgendwie... Muss ich das doch, glaube ich, erst verstehen, dass die immer mich fokussen und nicht die Riven. Hm. Ich muss Red Buff Camp clearen. Der... Der... Also jetzt habe ich wenigstens ein bisschen prozentualen Damage. Der ist ja jetzt hoch. Oh, Leute. Basic real. Ich wette, wenn ich gleich wieder hinmute, werde ich einfach steuern. Wenn ich in den Aufsatz zu komme. Hm? Ach, komm schon. So. Nice. Genap. Ich kann Barrel machen. So, ich hab, ich hab Devorah. Lass Barrel machen. Lass Barrel machen. Ja. Och, der war ja wohl jetzt nicht so schwer, Mann. Komm, Riven. Komm, komm. Komm, Riven. Ja, der will jetzt nicht rufen. Kommt die Adi auch noch raus? Oh, mein Gott. Ja! Nice. Jetzt aber. Go, go, go. Ja! Sauber. Können wir noch? Die Riven will ja TP'n. Oh, Lucien muss ja aufpassen. Gibt immer mal ein Shield. Ja! Ja! Gib mal die Adi weg. Ich hab. Nice. Ich hab. Boah, das ist Comeback. Wir müssen damit jetzt nur was Gescheites machen. Oh, go, go. Pass auf! Ja! Kein Ding. Für'n King, Junge. Genau. Mich mal taunt hat. Ich hab, aber hat geklappt. Braba. Ich hab jetzt auf einer Aegis. Soll ich noch ein bisschen weniger Deinen kriegen. Wir müssen jetzt echt was mit dem Baron-Barber anstellen. Irgendwie Fights-Fausten. Ja. Irgendwas muss man machen. Ich könnte rein theoretisch Botlin pushen. Ich hab sowieso. Ich kann den Fighter joinen. Mit den Baron-Minions kann ich ja easy die Wave pushen. War im Dragon ist auch ab. Wenn der nicht schon weg ist. Kannst du sagen, dass die den gemacht haben werden wir Baron gemacht haben. Ja, wobei die waren ja alle relativ lang. Warte mal hin. Wir brauchen euer Aegis. Ne, der ist noch da, der ist noch da. Versteht's. Ja, dann gehen wir da jetzt hin. Oh, die fangen schon an, die fangen schon an. Ja, 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 ja. Ich hab Ul. Ich hab kein Flash. Kann nur so taunen. Ja. Nein, 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 nein. Egal, auf Ekko. Nein! Ich hab ihn nicht gesmited bekommen. Ach, macht nix, macht nix. Geh mal Botlin pushen. Ja. Ah, bitte. Hätte ich smiten können. Ne, da hab ich mich auf den Fight fokussiert. Ist voll dumm, ich bin mit dem Ulti auf Graves gesprungen. Und du weißt ja, also du stehst immer aus der Richtung von der du kommst eigentlich am Gegner dran. Ja. Und da stand ich dann noch so, keine Ahnung, Zentimeter im Stunfeld von Ekko. Und das ist dann grade geprobt. Ah, schade. Ja, das sieht man ja vorher auch nicht, ne? Kannst nix machen. Ja, du kannst ja nur... Ja, du kannst ja nur... Ja, ist echt kein Weg. Oh, lol. Der Ten. Wie meins Ernst? Ja, die... jetzt... Ja, wir haben ne Big Wave hier. Ja, aber wir haben ne Big Wave hier. Ja. Das ist die Ari. Hat auch da geprobt. Ja. So jetzt rein, 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 rein. Na Ball. Oh, der lebt noch lange. Guck das an. Beide drin. Oh mein Gott. Warte. Hab ich. Please! Wieso ist der so schnell? Ah, Garen! Wieso rund? Kannst du den Tower tanken? Ja, die Minuten da. Das ist gut. Alter, wir turnen so krass. Ja, das war echt krass. Wenn ich jetzt... Wenn ich jetzt Full Tank geh... Oh, oh, oh. Ich glaub der holt nicht. Oder? Nee. Ich hab Devora, damit schlitze ich den ganz schön. Oh, loo. Ich tink den ja immer noch. Ja, der, der... Tauert den Tower kriegen wir nicht. Aber Riven holt Mitte gerade. Wir können ein bisschen crashen vielleicht. Ich bin jetzt Kau. Auf den Tower? Ja. Oh, nee. Weg, 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 weg. Jetzt haben wir ein Problem. Wir kommen aber weg. Oh! Alles klar. Ciao, ne? Ciao. Ja, wir sehen uns. Haben wir Mitte bekommen? Nee, beides so low. Wenn die Riven bei uns gewesen wär, oder wir bei ihr. Die Ari hat, glaub ich, hinter uns gepautet, ey. Ja. Crazy shit, ne? Oh, hier, hier. Hint herz. Ich lauf. Oh, das war vielleicht nicht Wurf. Ja, weg und weg. Ja, so, hau da ab, Junge! Oh, der Junge. Schade, wenn die Graves... Ich würde ihn ja gar nicht holten, aber ich hab keine Ult. Aber guck mal! Der startet nicht. Der Knicks! Ja, der hält sich auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Viel pushen werden die nicht können, denke ich. Kommen wir jetzt noch dazwischen. Ich bin auch schon wieder da. Okay, ich hab Home Guard. Sauber. Ich bin jetzt auch tanky. Langsam. Und macht damage. Da ist der Echo? Ist der so low? Der ist echt so low. Ich bin noch mittlerweile ein bisschen tanky. Ja, vor allem hier ist gerade noch wer backgeported. Wir können rein. Ich hab 8 Sekunden rollt. Ich bin mittlerweile auch ein bisschen tanky, also ich kann da auch was halten. Die kriegen wir auf jeden Fall. Ich hab keinen Flash leider. Egal, wir kriegen den. Ich bin ja schnell genug. Läuft. Als ob. Ich hab noch... Mach irgendwas. Wirf dein Messer! Ich bin nicht in Range. Ich krieg den. Ich krieg den. Fickt euch. Kriegen wir nicht. Das kann nicht wahr sein, Alter. Ich hab sogar noch Splay drauf bekommen. So ne Wichse, ey. Oh ne Scheiße. Wir sollten jetzt... Ja... Wir brauchen eigentlich ein Inip. Ja. Der Grace macht kein Red. Mach mal. Echt? Ne, hat er schon. Hat er schon. Ja, warte. Lass nicht zu tief rein gehen. Pass auf. Ich hab nur ein paar Worts da. So, dass wir ein bisschen bisschen kommen. Das ist klappen. Wann ist ein Baron ab? Zwei Minuten. Oh, Riven. Ich hab gleich ult. Nice. Nice. Hier müsste doch Alice da irgendwo noch sein. Da ist Ari. Ja, ich hab jetzt Ult. Wenn du Flash tauntest, ist das Ult. Ich hab Flash aus den 1,30 wieder. Oh, fuck. Oh, ne, ne. Kann ich nix machen. Sorry. Scheiße, da kam sie rein grad. Was? Warum? Warum farmed der Yasuo in dem Moment halt Toplane? Das ist dumm. Oh, der Charme. Okay. Ja, das war... Vielleicht... Ne, 30 Sekunden. Die können nicht finischen. Ne, finischen nicht, aber... Ich weiß nicht. Es sei denn, die machen jetzt über die Places die zwei jetzt. Kann ich mir nicht so vorstellen. Okay. Okay. Alles okay. Ich nehm's zurück. Beruhigt euch jetzt. Falscher Flash. Okay, sie ist tot. Nur der Garen, Alter. Nur der scheiß Garen. Ja, Garen ist halt Garen. Oh, das hätte er... Ich hab noch Ult. Ich bin in 8 Sekunden bei ihm, wenn er so noch lebt. Come on, Yasuo. Ja, easy, easy. I believe. Er kann über die Minions. Easy. Oh! Halt auf, wer das macht! Oh no! Egal. Ulti. Ne. Ne, ich hol den nicht. Dann Baron, 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 Baron. Ja, ich hol red buff dann Baron. Warte mal. 3 Sekunden Riven. Äh, ne. Ah, ja, nur Alisha ist ganz lang tot. Oh, der macht noch was? Der Killing Rakes auch noch. LOL, im Early übel reingeschissen. Und jetzt hasiert er die. Yasuo ist aber auch so'n, so'n Facebook Champion. Ja, im Late Game, echt, ey. So'n Baron sollten wir kriegen. Sagt mal, ich bin ein bisschen Vision noch. Ja, ja, ja. Den Wort wollte ich eigentlich nicht machen, aber alles klar. Und hier noch einen? Oh, die kommen schon. Wir müssen den schnell machen. Go, 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 go. Full Damage. Lucien! Mann! Warum push ich jetzt? Top Lane! Alter, das ist nicht sein Wort. Ich kriege noch nen Wort dran. Aber den haben wir. Guck. Der geht richtig schnell down. Sauber. So, ich hab Ulf. Ja, wir gehen einfach Top Lane durch. Komm, go, go, go. Nicht? Das ist die Ari. Wir können Drake. Wir können Drake. Guck, guck, guck. Ja, okay, Drake. Alternative werden Mitte durch. Aber das können wir immer noch. Ja. Ey, du solltest jetzt Split pushen mit der Bot Lane. Durch die Bot Lane schonmal, glaub ich dann. Slow. Oh, ich komm gleich Bot Lane. Vielleicht wird man den Abgang. Ne, der hat dich gesehen. Glaubst du? Oh, ich teile. Oh, nice. Oh, nice. Nice, das ist gut. Bauer. Immerhin etwas. Ich schaue mal, ob er dann Wort war. Ich glaube aber nicht, dass der mich gesehen hat. Ich glaube, der ist einfach so back gegangen. Okay, lass Mitte gehen. Du bleibst. Oh, da, da. Du kannst da hin. Du kannst da hin. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Oh, der Echo ist bei mir. Wir gehen jetzt rein. What, what, ja. Okay, hier gleich. Ulti. Aha. Ciao. Ja. Ja, vier Mann, komm. Das haben wir. Das haben wir, komm. Das haben wir, komm. Ja, sauber. Komm, Max, weiter, ich hab's holt. Okay. Ne, wir, wir machen's safe. Oh, kommst da. Okay, alles klar. Wir machen's nicht safe. Sauber, Junge. Wir machen was so. Auf den Tower, 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 Tower. Alter, ich glaube es nicht. Meine Vagina juckt schon. Das ist der Hammer. Komm, Tower. Tower, Tower, Tower. Ja, ja. Aber wir können finishen, oder? Wir können finishen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, lasst es safe machen, lasst es safe machen. Der Garen kommt, der Garen kommt. He, steht da jetzt einfach, Alter. Und BM. Er kommt. Wir können noch was einreißen, ja. Mit meinem Ws ist halt auch so geil für sich. 10 Sekunden, 10 Sekunden. Wir können finishen, wir können finishen. Easy. Oh Gott, was ein Game. Jetzt will er nochmal alles geben. Auf den Jungen fertig los. Auf den Jungen, tötet ihn! Ja. Der stirbt halt nie. Der Burger King is alive. Alter, was für ein Game. So Leute, es war eine weitere Runde Aufstieg. Schon beim wenig Crawford vorbei. Alter, der Turn-Aware. Ich hätte am Anfang... Es war klar, dass wenn, wird es schwierig. Aber, wo die zu zweit die vier Leute unterm Tower gefickt haben. Krass. Ja, Alter, das war... Wie der ja so am Anfang in der Laning-Face brutal reinzackt. Und dann... Dann macht der sowas. Komplett ausrastet. Guter Junge. Ja, das war... Ne, never surrender, Leute. Ja, never surrender. Das hat uns bewiesen. Ganz andere Games gedreht. Also haut rein. Auf Wiedersehen. 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 Auf Wiedersehen.